In diesem Video befassen wir uns mit den Erlösen. Wichtig ist Folgendes vorauszuschicken. Wir sprechen hier nicht von den Erlösen in FIBU, sondern von den Erlösen, die ihr aufgrund der hinterlegten Preise und der Fakturierung gemäss Spitex Software habt, respektiv, solltet haben. Das gilt für Perigon und Nexus. Von Mineva bekommen wir die Erlöse im Moment noch nicht. Diese Information sollte aber mit einem der nächsten Updates auch übermittelt werden. Wenn wir hier unsere Beispiel Spitex anschauen, stellen wir als erstes fest, dass es einen riesigen Unterschied zwischen dem Vorjahr und dem aktuellen Jahr gibt. Das ist auch in der ersten Kennzahlenbox erkennbar. Hier wird eine Steigerung zum Vorjahr von 47% ausgewiesen. Die Frage ist jetzt natürlich, woher das kommt. Theoretisch könnte es vor einer Fusion kommen, aber das ist hier nicht der Fall. Also machen wir uns auf die Suche nach der Ursache und schauen die verschiedenen Kennzahlenboxen an. Erlösen aus Leistungen sind knapp 10% gestiegen. Erlösen aus Material um 67%. Das klingt nach viel, ist in absoluter Zahl aber eher geringfügig. Wir finden die Erklärung bei den Erlösen der öffentlichen Hand. Hier haben wir keinen Vorjahresvergleich. Die Erklärung für einen starken Anstieg ist also, dass die Spitex ihre Restkosten im Vorjahr nicht über die Spitex-Software abgerechnet hat und jetzt ihre Fakturierungsmethoden angepasst hat. Auf der Suche nach weiteren starken Veränderungen landen wir dann bei weiteren Leistungen. Hier ist der Anstieg fast 50%. Wenn man jetzt die weiteren Leistungen selektiert, sieht man sofort auch in der Grafik, dass das massiv gestiegen ist. Wir können jetzt auf die Darstellung nach Artikel wechseln und merken, dass der grösste Teil der weiteren Erlösen aus den spezialisierten Psychiatrieleistungen stammt, die offensichtlich stark zugenommen haben. Auf diese Art hat man die Möglichkeit, seine Erlösen zu analysieren und herauszufinden, woher die Abweichungen zum Vorjahr stammen. Zusammen mit der Kostenrechnung, wo man sieht, welche Leistungen rentieren und welche nicht, kann man dann entscheiden, welche Leistungen man ausbauen und welche lieber reduzieren.